Ich möchte Ihnen jetzt in Ergänzung zu den bewährten Rot-Tacker-Verlegesystemen das neue Rot-Quick-Energy-Schnellreaktions-Tacker-Verlegesystem vorstellen. Dieses System ist konzipiert sowohl für den Neubau als auch für die Renovierung und zeichnet sich insbesondere durch eine minimale Aufbauhöhe von nur 60 mm inklusive Lastverteilschicht, ein geringes Flächengewicht und ein sehr schnelles Reaktionsverhalten bezüglich des Regelverhaltens aus. Die Systemkomponenten bestehen aus dem 14 mm Systemheizrohr, einem abgestimmten 14 mm speziellen Tacker-Clip sowie einem hocheffizienten Estrich. Als Systemplatte wird die EOX-Verbundplatte in der Stärke von 25 mm eingesetzt. Das Gesamtsystem ist zertifiziert und hat eine Systemzulassung entsprechend allen gültigen Normen. Die Besonderheit dieser Systemlösung ist weiterhin, dass bei dieser geringen Aufbauhöhe gleichzeitig eine Trittschallverbesserung entsprechend den Anforderungen im Wohnungsbau realisiert werden kann. Somit bei niedrigster Aufbauhöhe ein Schnellreaktionssystem für Neubau und Altbau ist mit dem Quick Energy System realisierbar. Standort Volker Spannier Standort Volker